Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute präsentiere ich euch die 50 Kuna-Banknote aus Kroatien. Auf der Vorderseite sehen wir hier Ivan Gundulic. Das war ein kroatischer Schriftsteller im Barock und eigentlich so der bedeutendste. Also ja, im Barock auf jeden Fall so mit der bedeutendste. Ja, dann zu den Sicherheitsmerkmalen. Wir haben einmal das Wasserzeichen natürlich. Da sehen wir auch Ivan Gundulic. Dann haben wir die Glanzeffekte wieder hier. Hier unten auch einmal. Und dann haben wir das Durchsichtsregister. Hier oben dieses H, was sich dann komplettiert. Hier ist immer nur so die Hälfte. Und wenn man was gegen das Licht hält, wird es dann komplett. Ja, dann haben wir die Mikroschrift. Die ist ja auf den kroatischen Banknoten sehr stark vertreten. Da haben wir einmal hier was in diesem Viereck. Dann haben wir hier noch was. Und hier oben auch noch was. Neben den Wappen von Kroatien. Ja, genau. Dann haben wir den Sicherheitsfaden. Da steht halt 50 HRK drauf. Da steht für kroatische Kuna. Das ist der ESO-Code. Genau. Und dann haben wir da noch den Sicherheitsstreifen hier an der Seite. Ja, genau. Ja, das war es soweit zur Vorderseite. Dann würde ich sagen, zeige ich euch mal die Rückseite. So, ja. Hier sieht man halt das Stadtbild von Dubrovnik. Das ist eine der größten Städte in Kroatien. Also auf jeden Fall eine unter der fünf größten Städten. Und ja, dann haben wir hier in Sicherheitsmerkmalen die Omron Rings. Die sind ja auf dem 10er und auf dem 20er glaube ich nicht drauf. Aber hier sind sie halt jetzt drauf. Genau. Und dann haben wir natürlich hier wieder auch die Mikroschrift. Überall hier diesen Wellen. Und dann haben wir noch den Sicherheitsfaden. So. Wird halt komplett. Und hier haben wir auch nochmal das Durchsichtsregister. Hier ist halt die andere Hälfte von dem AH. Dann wird es wieder komplett. Ja, ausgegeben wird der kroatische Kuna von der Chavatska Narodna Banka. Hier. Und ja, diese 50 Kuna sind umgerechnet 6,75 Euro wert. Ja, genau. Dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. In den nächsten Wochen kommt erstmal kein Video, denn ich nehme hier eine kleine Pause. Aber ich glaube in 3 oder 4 Wochen kommt dann wieder das nächste Video mit dem 100 Kuna Schein aus Kroatien. Bis dahin. Tschüss und danke fürs Zusehen. Jetzt kann ich ein bisschen mehr sehen. Take care. Untertitelung des ZDF, 2020